Variable oder einstellbare Kondensatoren sind elektrische Kondensatoren, deren Kapazität in definierten Grenzen mechanisch stufenlos einstellbar ist. Sie werden unterschieden in Drehkondensatoren, kurz Drehkos genannt und in Trimmkondensatoren auch Trimmer genannt. Drehkondensatoren, auch Regel- oder Korrektionskondensatoren genannt, sind für häufige und wiederholende Betätigungen ausgelegt, zum Beispiel für die manuelle Sendereinstellung in Rundfunkgeräten oder die motorgesteuerte automatische Regelung einer Senderfrequenz. Trimmkondensatoren sind für einmalige oder seltene Betätigungen ausgelegt und werden nur bei der Erstinbetriebnahme und gegebenenfalls nach Reparaturen zum Abgleich eines Filters oder eines Schwingkreises in zum Beispiel Rundfunk- oder Fernsehgeräten betätigt. Der Kurzbegriff Trimmer, der hier für einen Trimmkondensator steht, kann zu Verwechslungen führen. Er wird im Bereich der Elektronik umgangssprachlich auch noch für Potentiometer verwendet. Variable Kondensatoren für Kleinsignalanwendungen sind heute weitgehend entweder durch Kapazitätsdioden abgelöst, deren Sperrschichtkapazität durch eine überlagerte Gleichspannung gesteuert wird oder durch eine VCO-gesteuerte PLL-Schaltung ersetzt worden. Kapazitätsdioden und PLL-Schaltung sind Halbleiterbauelemente bzw. Halbleiterstrukturen und werden im Folgenden nicht behandelt. Prinzipien Der Kapazitätswert eines Kondensators kann grundsätzlich auf drei verschiedene Arten beeinflusst werden. Durch Änderung der kapazitiv wirksamen Elektrodenfläche Änderung des Elektrodenabstands zueinander Änderung der Permittivität des Dielektrikums Die gewünschte Kapazitätsänderung im überwiegenden Teil der heute noch gefertigten einstellbaren Kondensatoren sowohl bei den Dreh- als auch bei den Trimmerkondensatoren beruht auf der Änderung der kapazitiv wirksamen Elektrodenfläche ohne den Abstand der Elektroden zueinander zu ändern. Die Kapazität in dieser Art der einstellbaren Kondensatoren hängt aber auch noch vom verwendeten Dielektrikum ab. Es wurden im Laufe der Zeit unter anderem folgende Materialien eingesetzt. Variable Kondensatoren, die mit dem Prinzip der Änderung des Elektrodenabstandes betrieben werden, sind heute nur noch in Bastlerkreisen bekannt. Variable Kondensatoren, die nach dem Prinzip der Permittivitätsänderung arbeiten, haben in der Praxis nur vereinzelt Anwendung gefunden. Drehkondensatoren Drehkondensatoren, meist kurz Drehkos genannt, sind einstellbare Kondensatoren, deren Kapazität in definierten Grenzen mechanisch stufenlos einstellbar ist. Diese Kondensatoren, bei denen die Kapazitätsänderung durch Änderung der kapazitiv wirksamen Fläche erfolgt, sind im Gegensatz zu Trimmerkondensatoren für häufige Betätigungen ausgelegt, zum Beispiel für die manuelle Sendereinstellung in Rundfunkgeräten. Eine spezielle Untergruppe innerhalb der Drehkondensatoren bilden die Korrektionskondensatoren, deren Mechanik auch für häufige und wiederholende Betätigungen ausgelegt ist, die jedoch ähnlich den Trimmern nur für die Korrektur einer präzise vorgegebenen Frequenz vorgesehen sind. Das am meisten verwendete Dielektrikum für Drehkondensatoren ist Luft. Aber auch andere Dielektriker wie beispielsweise Hartpapier, das schon in den 1950er Jahren durch Kunststofffolien ersetzt wurde, fand als Dielektriker in Drehkondensatorenverwendung. Ein Vakuum oder ein Schutzgas als Dielektrikum wird in speziellen Drehkondensatoren für Hochfrequenzleistungserzeugung verwendet. Messung der Kapazität eines Drehkondensators Punkt. Punkt. Mit der Erfindung der drahtlosen Telegraphie durch Alexander Popov 1895 und seiner Verbesserung durch Guglielmo Makoni 1897 wurde es notwendig, sowohl die Sende als auch die Empfangsfrequenz in den verwendeten Anlagen und Geräten in engen Grenzen einstellen zu können. Die Frequenz, die mit einem Schwingkreis erzeugt wurde, konnte entweder durch Änderung der Spuleninduktivität oder durch Änderung der Kapazität beeinflusst werden. Senderseitig ließ sich, wegen der relativ hohen Spannungen am Schwingkreis, am leichtesten die Kapazität ändern. Dies erfolgte mit einem Drehkondensator mit Luftdielektrikum, der 1893 von Dietz Sokoda erfunden und 1904 von Adolf Köpsel in die drahtlose Telegraphie eingeführt wurde. Dieser erste einstellbare Kondensator arbeitete mit Rotorelektroden auf einer drehbaren Welle, die sich zur Kapazitätsänderung des Kondensators kamatisch in ein Paket mit Statorelektroden hineindrehen ließen. Drehkondensatoren mit Luftdielektrikum wurden dann auch neben beweglichen Spulen in den ersten Detektorempfängern, den Empfangsgeräten der beginnenden Rundfunktechnik in den 1920er Jahren zur Sendereinstellung eingesetzt. Drehkondensatoren mit Luftdielektrikum benötigen wegen des erforderlichen Plattenabstandes verhältnismäßig viel Platz und erfordern eine mechanisch stabile Konstruktion, die schon in der Anfangszeit der Rundfunktechnik nicht unerhebliche Kosten verursachte. Auch damals schon waren Kosten und Abmessungen der Bauteile ein wichtiges Thema in der aufblühenden Industrie. Preiswertere und auch kleinere Lösungen wurden gesucht. Glimmer war als Dielektrikum von den sogenannten Blockkondensatoren bekannt und wurde auch eingesetzt. Glimmer hat eine Dielektrizitätszahl von etwa 7 und eine Spannungsfestigkeit von etwa 25 bis. Luft hat dagegen eine Dielektrizitätszahl von 1 und eine Spannungsfestigkeit von nur 2 bis. Dadurch kann ein Kondensator mit Glimmerdielektrikum gegenüber dem bislang benutzten Luftdielektrikum bei deutlich höherer Spannungsfestigkeit erheblich kleiner hergestellt werden. Es lag nahe, Glimmer als Dielektrikum auch für die Drehkondensatoren zu verwenden. Diese Lösung stellte sich aber schon bald als zu teuer heraus, weil Glimmer als Naturprodukt, das aufwendig bearbeitet werden musste, einen hohen Preis hatte. Hartpapier hatte zwar nicht so gute elektrische Eigenschaften, war jedoch gut genug, um als Dielektrikum in Drehkondensatoren eingesetzt zu werden. Mit Hartpapier als Dielektrikum zwischen den Stator- und Rotorelektroden konnten die Plattenpakete erheblich kompakter gebaut werden. Daraus entstand Mitte der 1920er Jahre der damals typische Drehkondensator zur Sendereinstellung, der Quetz-Share, genannt wurde, weil die Elektroden des Kondensators sozusagen zusammengequetscht waren. Eine inakzeptable, weil aufgrund des Quecksilberdampfes gesundheitsschädliche Bauform eines variablen Kondensators wurde in der Zeitschrift der Radio-Amateur 1923-4 vorgeschlagen. Ein mit dünnem Blech umwickeltes Reagenzglas war zum Teil mit Quecksilber gefüllt, das über einen mechanischen Trieb mit Drehknopf von einem etwas kleineren Reagenzglas zwischen den Wänden hochgedrückt wurde. Mit der Entwicklung der Empfängertechnik vom Geradeaus-Empfänger hin zum Überlagerungsempfänger Mitte der 1920er Jahre wurden preiswerte Variable Kondensatoren benötigt, die für einen einmaligen Abgleichvorgang zur Einstellung des Zwischenfrequenz-Oszillator-Kreises geeignet sein mussten. Drehkondensatoren mit ihrer mechanisch sehr aufwendigen Konstruktion waren hierfür überdimensioniert. Diese Trimmerkondensatoren mussten zwar sehr fein einstellbar sein, aber die Mechanik brauchte nur einmal bewegt zu werden. Daraus resultierten die mechanisch sehr viel einfacheren und preiswerteren Bauformen der Trimmkondensatoren, dessen erster Vertreter der Vernierkondensator war. Während der Drehkondensator auch nach dem Zweiten Weltkrieg in den Rundfunkgeräten konstruktiv nahezu unverändert weiterverwendet wurde, entwickelten sich bei den Trimmerkondensatoren Bauformen mit moderneren Materialien, beispielsweise die Kunststofffolientrimmer, die auch gut für die Leiterplattenmontage geeignet waren. Mit den in den 1970er Jahren entwickelten Kapazitätsdioden änderte sich das Schaltungskonzept der Rundfunk- und Fernsehempfänger grundlegend. Drehkondensatoren wurden im Massengeschäft nicht mehr gebraucht. Heutige Anwendungen für variable Kondensatoren sind zum Beispiel Drehkondensatoren im Senderbereich, in denen die Strombelastung für Halbleiter zu hoch ist und VHF- und UHF-Applikationen, in denen Streuungen anderer Bauteile von Trimmerkondensatoren kapazitiv kompensiert werden müssen. Aufbau und Anwendungen Luftdrehkondensatoren, früher auch Regelkondensatoren genannt, bestehen auch heute noch aus einem Stator, einem Paket verstehender, auf Abstand gesetzter Metallscheiben und einer gleichen Anzahl von Metallscheiben auf einer Welle, dem Rotor und Luft als Dielektrikum. Durch Drehen an der Welle werden die Elektroden kampfförmig ineinander gedreht, wodurch sich die überlappende Fläche ändert. Der Plattenabstand von Luftdrehkondensatoren konnte je nach gewünschter Spannungsfestigkeit gesondert bestellt werden. Der Drehwinkel eines Drehkondensators beträgt normalerweise 180 Grad. Bei der Einfachausführung von Luftdrehkondensatoren ist der Stator meist isoliert am Gehäuserahmen befestigt und mit gesonderten Lötanschlussfahnen versehen. Der Rotor wird über einen Schleifkontakt elektrisch kontaktiert. Der Übergangswiderstand soll maximal 5 Millionen betragen. Da der Rotor weiter aus der Schaltung herausragt und daher kapazitiven Störereinflüssen ausgesetzt ist, wird er normalerweise auf Masse gelegt. Damit äußere Einflüsse nicht die Kapazität beeinflussen können, wodurch ein exaktes Abstimmen unmöglich würde. Die Welle des Rotors ist häufig mit Kugellagern am Gehäuse befestigt. Wodurch eine genaue axiale Fixierung der Welle ohne mechanischen Spielraum gegeben ist, ein axiales Spiel würde zu Kapazitätsänderungen führen. Das Rotorpaket sollte mittig im Statorpaket fixiert sein. Erste der Rotor in axialer Richtung verschoben, erhöht sich die Gefahr eines Kurzschlusses. Die Einfachausführung von Luftdrehkondensatoren bzw. Regelkondensatoren wird zum Verändern der Resonanzfrequenz von Schwingkreisen, zum Beispiel in Radius zum Einstellen von Sendern sowie zur veränderlichen kapazitiven Kopplung und Impedanzanpassung in der Hochfrequenztechnik, verwendet. Weiterhin findet sie sich in älteren Niederfrequenz-Sinusgeneratoren. Sollen mehrere Kreise in einem Empfänger über einen Antrieb angetrieben werden? Dann werden Drehkondensatoren zu Mehrfachdrehkondensatoren zusammengebaut. Sie haben mehrere elektrisch getrennte Statoren, in die über eine gemeinsame Welle eine gleiche Anzahl von mechanisch miteinander gekoppelter Rotoren hineingedreht werden können. Das gewährleistet gute Gleichlaufeigenschaften. Mehrfachdrehkondensatoren gibt es mit bis zu vier gekoppelten Einzelkondensatoren, die mit einer gemeinsamen Welle verstellt werden. In Mehrkreisempfängern werden damit zwei bis drei Schwingkreise gleichläufig eingestellt. In Überlagerungsempfängern werden ein bis zwei Eingangsschwingkreise sowie der Oszillatorschwingkreis eingestellt. Häufig ist bei Drehkondensatoren die äußere, mechanisch zugängliche Rotorscheibe geschlitzt, sodass einzelne Segmente entstehen. Durch mechanisches Verbiegen einzelner oder mehrerer Segmente dieser Fiederung kann bei Luftdrehkondensatoren eine geringe Anpassung der Variablen Kapazität erreicht werden, womit der elektrische Gleichlauf zwischen mehreren Oszillatorkreisen verbessert werden kann. Bei Überlagerungsempfängern sorgt dieser Gleichlauf für einen konstanten Abstand zwischen der Empfangs- und der Oszillatorfrequenz. Oft besitzen Drehkondensatoren ein geschlossenes Kunststoffgehäuse, das das Bauteil gegen Verschmutzung schützen soll. Die Elektrodenplatten des Rotors von Drehkondensatoren können unterschiedlich geformt sein. Für einen linearen Verlauf der Kapazitätsänderung mit dem Drehwinkel werden die Rotorelektroden kreisförmig gestaltet. Durch spezielle logarithmische Formgebung der Rotorelektroden kann aber auch ein linearer oder anwenderspezifischer Kurvenverlauf der Kapazitätsänderung erreicht werden. Die Plattenform kann zum Beispiel so gestaltet werden, dass die Kapazitätsänderung einer linearen Wellenlängenanpassung oder einer linearen Frequenzanpassung entspricht. Damit kann die Sendereinstellung der Anforderung des jeweiligen Gerätes entgepasst werden. Plattenschnitte von Drehkondensatoren. Selten eingesetzte Bauformen des Drehkondensators sind Schmetterlingsdrehkondensatoren und Differenzialdrehkondensatoren sowie Kombinationsdrehkondensatoren mit Angelbautentrimmern. Plattenschnitte von Drehkondensatoren. Beim Schmetterlingsdrehkondensator ist der Plattenschnitt der Rotorelektroden ähnlich einem Schmetterlingsflügelpaar ausgebildet. Die Flügel drehen sich gleichmäßig in zwei seitlich angeordnete und mechanisch voneinander getrennte Statorpakete hinein. Da der Rotor des Schmetterlingsdrehkondensators nur kapazitiv und nicht elektrisch angeschlossen ist, können mit dieser Konstruktion eventuell auftretende Kontaktprobleme über die normalerweise benutzten Schleifkontakte vermieden werden. Der Differenzialdrehkondensator enthält ebenfalls zwei seitlich sich gegenüberliegende Statorpakete. Die jedoch elektrisch voneinander getrennt sind, die Statorelektroden beider Pakete sind in etwa halbkreisförmig geschnitten. Das Rotorpaket, das hier meist streng halbkreisförmig ausgebildet ist, dreht sich dann bei Betätigung aus dem einen Statorpaket heraus und in das andere hinein. In dem Maß, in dem die Kapazität zur einen Seite dabei sinkt, steigt sie zur anderen. Differenzialdrehkondensatoren werden beispielsweise zur einstellbaren Verteilung eines HF-Signals auf zwei verschiedene Schaltungszweige eingesetzt. Zur Einstellung von Koppelgraden zwischen Schaltungsstufen oder zur Impedanzanpassung in Pigliedern wird eine Sendereinstellung bei sehr eng beieinander liegenden Sendefrequenzen erforderlich. So kann der normale Drehwinkel von 180 Grad von Drehkondensatoren für eine manuelle Abstimmung zu grob sein. In solchen Fällen erfolgt der Antrieb über ein möglichst spielfreies Untersetzungsgetriebe. Davon gibt es diverse Ausführungen. Stirnradgetriebe mit einem längs geteilten, mit Feder verspannten Zahnrad. Seilzug. Reibräder, zum Beispiel eine am Rand zwischen zwei Scheiben auf der Antriebswelle eingeklemmte Blechscheibe. Planetengetriebe, das durch ein verspanntes Kugellager gebildet wird, diese Art gestattete mit einem Mitnehmer eine wechselnde Untersetzung nach knapp einer Umdrehung verringerte der Mitnehmer die Untersetzung von 2 zu 1 auf 1 zu 1, indem er den Käfig direkt drehte. Weitere Varianten waren Schwungmasse auf der Bedienwelle, um weitere Frequenzbereiche schnell überwinden zu können. Mit dem Wellenschalter umschaltbare Kupplung zwischen Arm und UKW-Dreco mit Skalen auf diese Weise konnte ein Abstimmknopf für beide Bereiche verwendet werden, ohne dass sich die vorher im jeweils anderen Bereich gewählte Empfangsfrequenz verstellte. Motorantrieb für fernbediente Sender und Empfänger sowie für Worbelsender. Kapazitätsbereiche und Hinweise typisch ist für Mittelwelle eine Nennkapazität von 500 pico Farad bei einer Anfangskapazität von weniger als 50 pico Farad. Für den Dreco alleine werden Werte unter 13 pico Farad angegeben. Die Kapazität muss zum Quadrat der Empfangsfrequenzenderung variabel sein. Daher sind insbesondere bei Armempfängern derart große Verhältnisse zwischen kleinster und größter Kapazität nötig. Der mit einem solchen Drehkondensator erfasste Kurzwellenbereich überstrich mehrere Kurzwellenbänder. Deshalb war hier die Einstellbarkeit der Sender problematisch. Bessere Empfänger hatten daher zusätzlich eine Kurzwellenlupe mit der wesentlich kleineren Kapazität von 50 pico Farad und weniger. Im Bereich spezieller Kurzwellenempfänger in UKW und UHF Tunern verwendet man Ausführungen mit Kapazitäten bis zu 50 pico Farad oder sogar nur 10 pico Farad. Die Platten von UKW- bzw. FMM-Fingern müssen besonders steif und dick sein, um Mikrofonie zu vermeiden. Drehkondensatoren für den UKW-Bereich wurden in Arm-FMM-Fingern oft mit denjenigen für die M-Bereiche zu einer kombinierten Bauform vereinigt, sodass die Abstimmung an nur einer Welle erfolgen konnte. Luftdrehkondensatoren sind heute weitgehend durch Kapazitätsdioden abgelöst worden. Im Mittelwellenbereich scheiterte das lange an der erforderlichen Güte und dem hohen Kapazitätsverhältnis. Foliendrehkondensatoren Foliendrehkondensatoren sind Einstellkondensatoren zum manuellen Einstellen von Sendern in Funkempfängern. Sie sind ähnlich wie Luftdrehkondensatoren aufgebaut. Jedoch wird die Statorrotorkonstruktion mit Abstandshaltern zwischen zwei Pertinax-Platten bzw. Kunststoffplatten gehalten und sie haben ursprünglich ein Schichtdielektrikum aus Luft- und Hartpapier. Später wurde das Hartpapier durch eine Kunststofffolie ersetzt. Durch die damit verbundene höhere Spannungsfestigkeit gegenüber einem reinen Luftdielektrikum konnten die Elektrodenplatten deutlich dichter zusammengebracht werden. Sie wurden sozusagen zusammengequetscht. Der Begriff Quetscher, der sich fälschlicherweise für die Foliendrehkondensatoren durchgesetzt hat, stammt ursprünglich von den weiter unten beschriebenen Adentrimkondensatoren, bei denen der Abstand zwischen den Kondensatorplatten tatsächlich durch quetschen, verändert wird. Einfachquetscher, also Drehkondensatoren mit nur einem Statorrotorpaket, wurden in kostengünstigen Einkreisern zur Abstimmung und für die Einstellung der Rückkopplung verwendet. Es gab auch Mehrfachquetscher, die einen oder mehrere Statoren mit drehbaren Rotoren besaßen. Bei diesen ist ein Federn weder möglich noch aufgrund der größeren Toleranzen sinnvoll. Mehrfachquetscher hatten deshalb einen oder mehrere schwenkbare Statoren. Foliendrehkondensator in älteren Rundfunkempfängern Punkt. Punkt. Mit der Entwicklung von Kunststoffen in der organischen Chemie zu Beginn der 1950er Jahre wurde das Hartpapier die Elektrikum in den Quetschern. Durch geeignete Kunststoffe wie zum Beispiel Polyester, Polypropylen und Polycarbonat ersetzt, damit änderte sich auch die Namensgebung dieser Drehkobauart. Sie wurden dann Foliendrehkondensatoren genannt. Diese wurden zum Teil zusammen mit Trimmkondensatoren in einem Gehäuse zu Combinationsdrehkondensatoren zusammengefügt. Sie waren einfach zu montieren und sicher in der Handhabung. Das Bild rechts zeigt ein solches Bauteil mit angebauten Trimmern. Korrektionskondensatoren Eine besondere Bauform von Drehkondensatoren sind die Korrektionskondensatoren. Sie bilden den Übergang von Drehkondensatoren mit großem Einstellbereich und den nachfolgenden Trimmkondensatoren, deren Einstellbereich sehr viel geringer ist. Korrektionskondensatoren sind variable Kondensatoren, die zur Justierung vorgegebener Größen im Betrieb von Geräten oder Anlagen zugänglich sein müssen und die zwar nicht häufig aber doch regelmäßig betätigt werden. Sie dienen zum Beispiel in Sendern zur Feineinstellung der Sendefrequenz oder in Messen ormalen zur Kalibrierung von Messgrößen. Luftkorrektionskondensatoren Luftkorrektionskondensatoren sind ähnlich aufgebaut wie Luftdrehkondensatoren. Sie haben eine meist runde, metallische Befestigungsplatte, auf der das Statorpaket mit zwei Keramikisolierstützen isoliert befestigt ist. Der Rotor ist über einen Schleifer mit seitlich angebrachten Lötösen verbunden. Luftkorrektionskondensatoren sind für Zentralmontage vorgesehen. Sie sind sehr stabil aufgebaut. Die Antriebswelle ist in der Trägerplatte mit einem Kugellager gelagert. Auch für Luftkorrektionskondensatoren gibt es verschiedene Plattenschnitte sowie eine Schmetterlings- und eine Differenzialausführung. Sie dienen in Sendern kleinerer Leistung zur ständigen Feineinstellung der Sendefrequenz oder in Messen ormalen zur Kalibrierung von Messgrößen und überdecken einen variablen Kapazitätsbereich von 1,5 pF bis zu 100 pF mit Prüfspannungen zwischen 650 V und 4000 V.